ja gute leute ist einfach unglaublich vor zwei wochen beim alex in kassel habe ich das letzte dank video gemacht an euch jetzt muss ich es wieder machen denn es ist einfach krass 1000 abonnenten ich freue mich mega vielen dank an alle die abonnenten haben vielen dank an alle die das schauen vielen dank an den jörg der super werbung gemacht hat und ja ich soll hier einfach mal einen kleinen ausblick geben was kommt denn jetzt jetzt kommt so ein bisschen im wechsel zwischen dem fahrrad und wagen im bau video und technik videos immer alle zwei tage ein anderes video dann zum fahrrad wagen selbst der ist jetzt die videos in zwei wochen verzögert in zwei wochen gibt es für mich los zum fahrrad wagen treffen und dann werde ich schon mal vorab einfach zeigen wie sieht mein gespann aus wie sieht er fertig aus und die videos wie ich das dann baue die kommen dann danach weil er sieht jetzt schon fertig aus und wenn ich jetzt so kleine sachen zeigen wie macht das licht und so sieht er hat im fertigen fahrrad wagen von der optik zumindest und das will ich einfach nicht will einfach das ganze fertige produkte zeigen und wer dann noch sehen wie ich das gebaut hat kann das dann schauen und jetzt kommt zum fahrrad wagen treffen wollte es noch mal sagen also ich werde hier unten in der beschreibung die komut den verlauf von der strecke teilen wie der püro und ich wie wir fahren und dann werde ich ja ein live tracking auch über komut die ganze zeit anhaben zumindest wenn wir fahren nachts nicht und ja wenn ihr auf der auf dem weg wohnt wenn ihr auch dahin fahrt dann könnt ihr das gerne schreiben vielleicht schaffen wir das ja und sehen uns irgendwie oder können vielleicht irgendwo nächtigen das wäre ganz cool oder so lernt man ja immer neue leute kennen da würden wir uns natürlich freuen ja und dann das will ich auf jeden fall auch noch ankündigen wird es ja nach dem fahrrad wagen treffen sag ich mal im oktober denke ich mal werde ich mit dem fahrrad wohnmobil anfangen was der jörg mir gebracht hat dabei ich jetzt auch noch ein video zu machen ja wie das was ich mir das vorstelle genau ja und danke noch mal wirklich an alle die abonniert haben die schauen wenn ihr wie gesagt mehr sehen wollt und noch nicht abonniert hat dann lasst doch ein abo da und ein like wir sehen wir sehen uns bei den ganzen nächsten videos und projekten tschüss euer ollie ich glaube das ist besser vor allem Untertitelung des ZDF für funk, 2017